Begrüße ich euch zum neuen Video. Hansa News stehen an. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Es geht euch gut und dann kann ich gar nicht mehr viel sagen. Kommen wir direkt zum Testspiel. 1 zu 1 haben wir gespielt gegen den Viertligisten BFC Dynamo. Zuerst sah es nicht so gut aus, muss ich sagen. In der ersten Hälfte hatte ich ein bisschen Angst. Da sind wir auch direkt in Rückstand geraten. Immer wieder die Probleme in der Offensive. Es hat uns die Kreativität gefehlt und in der Verteidigung den ein oder anderen Fehler getätigt, wo einem doch nochmal die Augen geöffnet wurden und die Probleme ganz klar auf der Hand liegen. Eigentlich als Viertligist haben die das wirklich sehr, sehr gut gemacht und uns weitestgehend im Griff gehabt. Da hätte man sich nicht beschweren dürfen, wenn man vielleicht sogar verloren hätte. Zum Glück haben wir 5 Minuten vor Ende noch durch Güler den Ausgleich erzielen können. Schön rausgespielt mit Engelsson. Man darf das auch nicht überbewerten. Ist ein Testspiel. Aber trotzdem sollte man als Zweitligist immer BFC Dynamo schlagen. Irgendwie haben wir es nicht so mit den Viertligisten gegen Alt-Glenicke schon verloren. In der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Lübeck rausgeflogen. Auch gegen einen ehemaligen Viertligisten. Die sind ja jetzt aufgestiegen. Aber trotzdem ist das so ein Warnschuss auch dann für den jetzigen DFB-Pokal gegen den FSV Frankfurt. Sich doch nochmal mehr reinzuhauen und die erste Runde zu überstehen. Sevilla wird eine ganz andere Hausnummer. Die Generalprobe, da warten wir schon alle sehnsüchtig drauf. Gucken wir mal, was die Jungs dann da so abliefern vor fast vollem Haus. Das ist verrückt. Ich habe die letzten Tests gesehen, wer da in der Startelf stand. Da waren noch wirklich große Namen dabei. Ja, wird man sehen, ob die dann im Ostseestadion am Samstag ebenfalls auflaufen. Und da können sich unsere Jungs dann beweisen, was sie alles, sag ich mal, in der Vorbereitung gemacht haben, dort dann umzusetzen. Kurzer Hintergrundwechsel. Wir kommen auch direkt zum nächsten Thema. Maurice Schröter hat einen neuen Verein gefunden. Er wechselt nämlich zu den Löwen nach München. 1860 hat ihn sich geschnappt für eine kleine, aber feine Ablösesumme, die man verschweigen wollte. Wenn man ehrlich ist, hat er uns eigentlich nie so richtig weitergeholfen. Es klingt hart, ist aber einfach die Realität. Dennoch, mit seiner Schnelligkeit und Ausdauer hat er immer mal wieder für Gefahr sorgen können, wenn er in den letzten Minuten reinkam. Technisch ist er nicht der Beste gewesen und vor allem im Abschluss hat er Defizite. Er kam zu Chancen, hätte das ein oder andere wichtige Tor machen können für unseren FC Hansa, aber es eben nicht geschafft. 21 Einsätze, 0 Tore, 0 Vorlagen sagen alles aus in der letzten Saison. Hat einfach nicht gepasst mit Maurice Schröter. Ich denke aber, dass er in der dritten Liga gut aufgehoben ist. Und wenn er an diesen Sachen arbeitet, bei Zwickau hat er es ja auch schon bewiesen, dass er es kann, dann wird er 1860 auf jeden Fall weiterhelfen. Weiterhelfen, hinterher trauern werden wir ihm, denke ich, nicht. Dennoch wünschen wir alles Gute für deinen Weg, für deine Zukunft und zeig, was in dir steckt. In der dritten Liga mit 1860 hast du, denke ich, einen richtig coolen neuen Verein gefunden. Dieses Gerücht kam gestern Abend rein. Es ist brandneu, sehr, sehr heiß von Transfermarkt. Eigentlich eine Quelle, die man immer ernst nehmen muss. Und deswegen schauen wir uns das Ganze einmal an, in Sachen Stürmer. Für unseren FC Hansa könnte es bald eine Neuverpflichtung geben. Telalovic, 23 Jahre jung, 187 groß, aktuell bei Gladbach unter Vertrag, ist anscheinend auf der Wunschliste von unserem FC Hansa. Zwei holländische Klubs sollen ebenfalls interessiert sein. Was kann man zu dem Jungen sagen? Es ist wieder ein Spieler, der noch nicht die Erfahrung mitbringt. Aber eine beachtliche Scorerquote in der vierten Liga Regionalliga West hat er nämlich 15 Tore und 13 Torverlagen in 30 Spielen geben, schießen können. Lies sich erstmal ganz gut. Aber meiner Meinung nach brauchen wir jetzt sofort einen gestandenen, erfahrenen Spieler, der ordentlich was mitbringt. Man wollte einen Top-Stürmer verpflichten, kann er natürlich werden. Ja, und ihr hört es schon. Ja, kann er natürlich werden, ist er aber noch nicht. Es wäre wieder ein Spieler für die Breite, der wahrscheinlich erstmal Zeit braucht, in der zweiten Liga Fuß zu fassen, ähnlich wie Güler. So eine Platte wäre mir lieber. Da hört man leider nicht mehr viel von. Einfach so eine Typ Platte. Trotzdem sind die Gladbacher von ihm überzeugt, dass er was drauf hat. Aber man ist sich eben nicht sicher, ob er denn direkt in der zweiten Liga schon durchstartet. Was sage ich abschließend zu Semir Telalovic. Sicherlich ein Spieler, den ich bei Hansa sehen würde. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein erfahrener Stürmer die bessere Wahl, der hinter Seher mal wieder richtig Druck macht. Das hat mir nicht gut gefallen in den letzten Testspielen. Ich habe es immer wieder angesprochen. Da muss noch einer her, der da eben dann vielleicht sich den Stammplatz holt. Das sind alles wieder Floskeln, wo man natürlich ordentlich diskutieren kann. Deswegen schreibt gerne alles rein. Telalovic, ein Stürmer. Eher für die Zukunft, für die Perspektive, aber nicht der Erfahrene. Seht ihr das genauso? Wollt ihr diesen Spieler oder würdet ihr den Spieler verpflichten an Hansas Stelle? Schreibt gerne alles rein. Wenn ihr auch noch mehr Infos zu dem Spieler habt oder natürlich allgemein zu den anderen Themen, was sagen möchtet, dann gerne unten rauslassen. Ich bedanke mich für jedes Feedback. Einen Daumen nach oben, dass ihr wieder eingeschaltet habt, mich supportet. Weiß ich sehr, sehr zu schätzen. In den kommenden Tagen wird es dann auch endlich die Zweitliga-Prognose geben. Bleibt stabil, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal.